Hallo, mein Name ist Irene Heiroth und ich arbeite im Personalservice des Bauhausarchivs. Heute mache ich mit Ihnen eine Bauhauspause. Zur Vorbereitung habe ich mir eine recht große Auswahl von nicht zu bekannten Bauhausfotografien angesehen, darunter dieses Foto. Ein Bild, das pure Lebensfreude ausstrahlt und vor Männlichkeit nur so strotzt. Natürlich hat mich dieses Foto auch sofort gepackt, weil ich üblicherweise oftmals zu Jahresbeginn zum Wintersport in die Alpen gefahren bin und ich merke, dass mir das in diesem Corona-Jahr besonders fehlt. Zum Bild. Wir sehen einen ausgelassenen Walter Gropius, an dem sich René Sommerfeld, die dritte Frau von Adolf Sommerfeld, festhält, in der Mitte ihren Mann und rechts im Bild dessen Bruder Ludwig. Adolf Sommerfeld? Nach dem Ersten Weltkrieg gründete er seine erste Baufirma, die in der Blütezeit der Industrialisierung sehr schnell expandierte und so ziemlich alles umfasste, was im weitesten Sinne mit Bauen zu tun hat. Aber er gehörte auch zu einer besonderen Generation von Unternehmern, nämlich die, die sich auch sozial und kulturell verpflichtet fühlten. Seit 1919 verbannt Sommerfeld eine Freundschaft mit Walter Gropius. Sommerfeld gehörte deshalb auch zu den ersten Förderern und Unterstützern des Bauhauses. Berühmt wurde das nach ihm benannte Haus Sommerfeld in Berlin. Als Jude und der SPD nahestehend musste er 1933 fliehen. Auf unserem Foto, das entweder 1928 in Arrose oder 1930 in Davos aufgenommen wurde, zeigt unbeschwerte leichte Zeiten und charakterisiert ein nicht so bekanntes, dafür sehr besonderes Merkmal des Bauhauses. Oftmals bestand nämlich eine sehr persönliche, gar familiäre Atmosphäre zwischen den Schülern und Meistern, aber auch zu geschäftlichen Auftraggebern und Gropius. Wenn man sich den vermeintlichen Urlaubsschnappschuss von Ise Gropius intensiver ansieht, erkennt man ihren besonderen Sinn für das Motiv an sich. Die parallelen Linien des Stier, das Schattenspiel und der Schwarz-Weiß-Kontrast sind ebenso eingefangen wie der Pfeil, der sich auf der linken unteren Ecke bildet. Es erscheint wie eine Komposition. Obwohl das Foto eine schwarz-weiße Aufnahme ist, kann man sich ganz wunderbar den blauen Himmel auf einem sonnenbeschiedenen Berg im glitzernden Schnee vorstellen. Deshalb assoziiert dieses Bild für mich auch die Leichtigkeit des Seins, derer wir uns ab und an auch wieder besinnen sollten.